Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Das zweitletzte Video in diesem Jahr und wir haben XRP bei 35 Cent. Mich würde mal interessieren, wo XRP am 1.1. letzten Jahres war. Dann könnte man das mal vergleichen, wie sich das innerhalb von einem Jahr gewandelt hat. Aber ich glaube nicht wirklich viel. Wir waren wahrscheinlich Ende des Jahres, also Anfang letzten Jahres, dann doch höher. Und Bitcoin ist wieder knapp unter die 17.000er Marke gerutscht. Also da gab es auch kleine Veränderungen und wir haben tatsächlich einen sehr roten Markt. XRP ist ja auch 2% im Minus und wir haben hier noch deutlich schlimmere Coins von 4 bis sogar 11%. Also da ging es dann auf jeden Fall auch ordentlich runter. Der erste Tweet für heute kommt von TheRefOfCainMan und hier geht es um Citi oder Citi, je nachdem wie man das ausspricht. Citi nutzt Ripple. Diese Grafik listet Citi als Ripple-User auf. Und es ist definitiv bekannt, dass Citi vorher auch Tests mit Ripple gemacht hat und damit rumexperimentiert hat. Das heißt also, dass sie sehr wahrscheinlich auf das Ripple-Net integrieren werden oder es vielleicht sogar schon sind. Gut, die Grafik ist ein bisschen Crap von der Grafik her, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben hier doch schon einige große Namen darauf. Und hier sehen wir dann eben Citi als Ripple-User. Tatsächlich ist Ripple hier als einziges bei Citi, also nirgendwo anders zu finden, so wie ich das jetzt gesehen habe. Man muss aber auch sehen, dass halt eben andere große Firmen eigentlich permanent Hyperlapture Fabrics nutzen. Einfach weil es ein Open-Source-Ding, sag ich mal, ist, wo sie sich einfach rein kaufen können oder wo sie einfach reinkommen können in diese Vereinigung. Und wo sie das Ganze dann eben auch free nutzen können. Core dann natürlich auch sehr wichtig. Also hier gibt es einiges zu entdecken, auch spannend hier bei Alphabet, also die Firma über Google, sag ich mal. Hier Hedera ist ja auch ein wichtiger Punkt, der Hedera-Hashgraph. Von daher gibt es hier einiges zu entdecken und wir sehen, Ethereum zieht sich eigentlich permanent durch. Und überall, wo jetzt nicht gerade großartig Banken mit dabei sind, nämlich hier bei Citi und Goldman Sachs, ist es auch eigentlich immer vertreten. Also Ethereum ist immer vertreten. Nur ich glaube einfach, für Bankentransfer ist es einfach nicht effizient genug, muss man ganz ehrlich so sagen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da eher auf Ethereum dann verzichten werden. Dann haben wir hier einmal TheRef of Caneman. Und hier geht es um ein sehr interessantes Papier von Z. Ling und Wei Jiang. Hier geht es um ein Outline, also quasi um eine Darstellung des Ripple-Netz und XRP-Ledger. Es geht spezifisch darum, wie die Nachricht, also wie das Messaging quasi zwischen den Banken dann funktioniert. Und das Ganze können wir hier einmal sehen. Es scheint ja eine Ausarbeitung über Cross-Border-E-Commerce-Payments-Algorithm-Model-Based-On-Digital-Currencies zu sein. Das Ganze ist hier auch ein etwas größeres Papier, auch hier mit so ganz fancy Mathe noch so hinterlegt, mit irgendwelchen Berechnungen und was auch immer. Ich glaube, der Teil, der für uns interessant ist, ist eben hier dieser Teil, wo einmal das Ganze schematisch aufgearbeitet wurde. Und wo wir tatsächlich dann auch hier Ripple finden können, ist also hier mehrmals vertreten und darum geht es ja auch. Das heißt also, Ripple und das Ripple-Netzwerk sind eigentlich so die perfekte Anlaufstelle, beziehungsweise die perfekte Beschreibung, wie dieses Messaging zwischen den Banken aussehen wird und wahrscheinlich auch schon aktuell in gewissen Kreisen tut. Von daher ist das Ganze sehr schön anzusehen. Und auch von einer gewissen wissenschaftlichen Seite so ein bisschen gebaggt, hier nochmal mit Quellen und so weiter. Alles ziemlich schön, wenn man so möchte. Also finde ich, ist schon eine sehr interessante Sache. Dann haben wir Flare-Community und hier geht es darum, dass aktuell wieder ein paar Leute sauer sind, zum Beispiel die auf Coinbase gehalten haben und jetzt bei Coinbase nicht passend die Flare bekommen werden. Am 9. Januar ist ja die Distribution, also jetzt schon in 9 bis 10 Tagen, ziemlich cool. Und da freue ich mich natürlich drauf. Es sieht nicht so aus, als wenn wir ein weiteres Delay erhalten, was ich super, super, super gut finde und wo ich mich sehr freue. Und ja, jetzt geht es so ein bisschen darum Wertschuld, natürlich Coinbase, wenn Coinbase nicht in der Zeit richtig fertig ist. Klar, Coinbase möchte das Ganze immer natürlich ein bisschen abgeben. Aber nochmal hier die Sache, wenn ihr die Coins einfach bei euch auf dem Ledger habt und einfach nie irgendwie anders weggebt oder sowas, dann kann euch sowas auch nicht passieren. Deswegen, ich hoffe, alle Leute, die das ganze Geld auf Coinbase hatten, also die XRP auf Coinbase, die lernen daraus und werden das in Zukunft nicht nochmal so machen. Dann nochmal sehr wichtig, ich spreche ja immer über solche Fake-Livestreams, wo man immer aufpassen muss und die halt eben Betrug sind. Und das Ganze ist immer ein bisschen vielleicht abstrakt, wenn man das nicht so ganz direkt vor sich sieht. Deswegen habe ich hier jetzt aktuell eine neue Fake-Kampagne quasi gesehen. Und zwar hier von dem Account Ripple-Global. Ist nicht der richtige Account, kann man jetzt dank dem neuen Feature auch sehen auf Twitter. Nämlich haben sie A überhaupt gar keinen Haken, das ist schon mal sehr sass. Und die Firmen an sich haben jetzt immer ein quadratisches Profilbild. Also das sollte hier dann auf jeden Fall auffallen. Und hier geht es dann angeblich um einen Livestream, wo man sagt, XRP ist für alle da. Wir haben gute Neujahrsvorsätze. Wir haben uns entschieden, wir wollen einen neuen XRP-Airdrop machen. XRP für alle Ripple-Nutzer, was auch immer Ripple-Nutzer heißt in dem Zusammenhang. Und dann soll man hier auf eine gefälschte Webseite gehen. Geht da natürlich nicht drauf, das ist alles nur Betrug. Und da muss man definitiv aufpassen. Da verliert man sein Geld. Aber da wird man nämlich dann gefragt, dass man sein Geld da hinschickt und dann im Gegenzug dann halt was zurückbekommt. Was halt einfach nicht passieren wird. Deswegen fallt da bitte nicht drauf rein. Egal wie verlockend das Angebot ist, es ist zu gut, um wahr zu sein. Und deswegen ist es nicht wahr. Dann ist in letzter Zeit wieder so ein bisschen diese Buyback-Theorie entfacht. Und zwar besagt die Buyback-Theorie, dass ja nicht genug XRP für die ganzen Banken und so weiter zur Verfügung steht. Und deswegen werden die dann halt eben OTC, also außerhalb des Marktes, gekauft, die XRP. Und hier gibt es einen Screenshot aus einem Telegram-Chat, wo es darum geht, dass Banken bereits versucht haben, XRP zu kaufen. Von der Valhalla Capital Bank. Und haben erst 10.000 Dollar pro XRP angeboten, was abgelehnt wurde. Dann haben sie 25.000 pro XRP angeboten, das wurde auch abgelehnt. Und jetzt 37.500 Dollar pro XRP, das wurde auch abgelehnt. Und dann sagt er hier, der Preis von einem XRP ist bei 385.000 Dollar pro XRP. An sich finde ich diese Theorie ja auch interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da gewisse Regularien und so weiter gibt. Eben, dass halt OTC gekauft werden muss. Auf der anderen Seite ist aber 385.000 natürlich so ultra unrealistisch, dass man da einfach sagen muss, nein, das wird einfach so nicht passieren. Ich finde tatsächlich, wenn so ein Buyback passiert und dann XRP gekauft werden muss für 50 Dollar das Stück, 100 Dollar das Stück oder so. Das ist auf jeden Fall, das kann man mir noch erzählen, sage ich mal so. Da sage ich noch nicht so, nee, kann gar nicht sein oder sowas. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, wenn wir wirklich in Richtung 1.000 und dann nicht nur Tausende, sondern halt wirklich 25.000 oder 40.000 oder sowas gehen, das kann natürlich nicht sein. Genauso können sie ja aktuell auf den Exchanges für unter 40 Cent kaufen. Und da werden sie mit Sicherheit nicht dann einen Preis von 385.000 Dollar pro XRP bezahlen. Vorausgesetzt, sie brauchen dann auch noch irgendwie, ich sage mal, 10.000 oder 100.000 XRP. Okay, dann hast du natürlich schön ein sehr, sehr schönes Sümmchen, sehr schnell. Wird nicht passieren. Trotzdem gab es dann da auch wieder wilde Spekulationen. Hier gibt es dann einen Talk darüber, kann man sich anschauen. Ist aber jetzt aus meiner Sicht nichts Heftiges, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das hat meine Augen geöffnet. Dann haben wir hier railchart.org und könnt ihr euch noch an den Berkowitz erinnern, der Typ von der SEC, der jetzt zurückgetreten ist oder zurücktreten musste, man weiß es ja nicht so ganz genau, wo ich gesagt hatte, kennt jemand den, weiß einer, was da irgendwie mit dem abgeht. Und tatsächlich musste er wahrscheinlich zurücktreten, weil er sich zuvor mit dem CEO oder ehemaligen CEO von FTX getroffen hat, Sam Bankman-Fried. Da gab es also eine gewisse Connection, sage ich mal, und halt tatsächlich nicht jetzt in einem Meeting Room, so im Sinne von, ja, wir hören den mal an oder irgendwie sowas, sondern es ging da tatsächlich echt um ein Essen. Und wir wissen alle, wenn es um Essen geht, dann ist man ja schon so ein bisschen familiärer. Man würde ja niemanden zum Essen einladen, den man dann verhören möchte oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Also tatsächlich scheint es da eine etwas positivere Bindung zu geben, als einfach nur, ich bin ein SEC-Typ und ich lade den mal ein, einfach um mit dem zu sprechen. Sozusagen. Dann haben wir hier David Schwartz und hier geht es um diesen Pelé. Das ist, glaube ich, so meines Wissens nach ein Fußballspieler. Also, ja, seid nicht zu hart, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, das stimmt. Und tatsächlich gibt es hier irgendwie so eine Karte, ne, 142. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Deck oder aus welcher Sammlung oder was auch immer das stammt, aber David Schwartz postet eine Karte von dieser Person mit XRP Pelé. Und, ja, es ist noch nicht so ganz klar, was das bedeutet, was das zu sagen hat. Irias hat dann hier auch schon mal nach der Story hinter der Karte gefragt und David Schwartz sagt dann hier, erkläre ich bald. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werden wir da noch vielleicht ein neues Riddle bekommen oder neue Rätsel irgendwie in gewisser Weise. Also irgendwie schon spannend, aber auch irgendwie ein bisschen sehr kryptisch. Dann haben wir nochmal The Wrath of Canemans und hier geht es um den UN Capital Dev Fund. Die machen gerade eine Art Handbuch dazu, wie man ein Interoperable Payment Scheme implementiert in seine Firma. Und tatsächlich wird da als eine gute Wahl Ripple beschrieben hier, ne, das RippleNet. Das heißt also, wir sprechen von Ripple, MFS, Afrika, Tunes und TerraPay. Also der Vorschlag, sage ich mal, ist dann da tatsächlich nicht so ganz groß, was ja in der Form positiv ist, ne. Sie nennen dann erstmal nur Ripple als großen Namen da, auch als erstes. Finde ich definitiv spannend und ist halt eben, wie auch Wrath of Canemans hier schreibt, eine Möglichkeit, um kostengünstig Dinge zu verschicken, ne, ganz klar. Und ich glaube, das ist das, was alle Leute wollen. Whale Coin Talk spricht dann hier nochmal über alle Projekte, die es aus 2022 leider nicht mehr herausgeschafft haben, weil sie irgendwie zusammengebrochen sind, weil sie irgendwie nicht mehr konnten. Und das finde ich eine ganz spannende Liste. Denn man sieht hier ziemlich schön, dass halt nicht alle Coins und alle Kryptowährungen da sind, um zu bleiben, sozusagen. Sondern tatsächlich haben manche eine schwere Zeit und verlieren dann leider an Relevanz und sind entweder komplett irrelevant mittlerweile oder sind tatsächlich geruggt, wenn man so möchte. Das kann man hier einmal schön sehen. Es gibt natürlich noch tausende, mit Sicherheit mehr. Aber das sind erstmal so die Großen, die man halt eben kennt oder kennen könnte. Ich kenne jetzt auch davon fast nichts. Aber ihr wisst, was ich meine. Also hier gibt es einige, die es leider nicht geschafft haben. Was schade ist. Aber das spornt einen aus meiner Sicht nur umso mehr an, bei den richtigen Coins zu bleiben. Und ja, ich sag mal 2022 überlebt zu haben, ist schon ein gewisses Abzeichen, was man sich dann auch ans Revers hängen kann, würde ich sagen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Brad Garlinghaus. Und hier geht es einmal noch um das Thema mit Wells Fargo. Denn er hatte ja schon einmal vor, ich glaube ein paar Wochen oder so oder ein paar Tagen mal darüber gesprochen, dass das Missmanagement, also das falsche Handeln von Kundengeldern bei Wells Fargo, irgendwie nicht so als negativ in den Medien dargestellt wurde und gezeigt wurde, wie das, was mit FTX passiert ist. Und das Ganze wird hier nochmal auf eine humoristische Weise verpackt. Aber Wells Fargo hat doch und dann, nein, wir interessieren uns nur für FTX. Also ja, ist da definitiv passend und zeigt einfach, dass es da eine gewisse Dissonanz auch irgendwo gibt, bei den Autoren da von solchen Artikeln. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.